Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Fegeler sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verraten! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Fahnenflucht. Wir können den Gruppenführer Fegeler nirgendwo finden. Verraten Sie mir Fegeler ein! Fegeler ein! Fegeler ein! Fegeler ein!